Hey, hier sind die Gaming-Buddies und Hacky. Äh... Hallo! Ich bin so ein Buddy-Einer hier, richtig... Stimmt, er ist ein Araflo-Mobber, er gehört dazu, stimmt. Ähm, haben wir vergessen. Als wenn es ein Professioneller beruft. Bevor ihr euch jetzt fragt, warum mobbt ihr den immer? Er hat's verdient. Jeder weiß, er hat's verdient. Niko nimmt ihn wieder... Nee, vor allem nicht, Leute, hier müssen wir das so sehen. Niko hat eben noch mitgemacht, ne? Ich hab kein bisschen mitgemacht. Ich hab kein bisschen mitgemacht. Ich hab kein bisschen mitgemacht. Ja, und Jan ist ein Lügner, weil ich war die ganze Zeit leise, weil ich hier meinen Bunker weitergebaut hab. Und kein einziges Wort gesagt hab. Sein Bungalow. Ja, da muss ich demjenigen auch recht geben. Und ich hab's auch auf Aufnahmen, falls ihr widersprechen willst. Nö. Warum soll der Niko ein Arschkriecher sein? Oh, geil. Ähm. Das werd ich dir jetzt nicht sagen. Nur weil du mich damit produzieren willst. Du bist für Araflu zuständig. Nicht für mich. So, falls ihr euch jetzt fragt, was ich hier mache. Fand ich voll dumm, dass ich jetzt die Aufnahmen gestaltet habe. Jolo. Also was ich hier mache ist halt... Publicity. Spaß. Ähm. Ich hab grad vergessen, was ich machen wollte. Ich hab grad vergessen, was ich bauen wollte. Ja. Danke, Tim. Danke für mich. Danke für mich. Der arbeitet erst vor 6 Uhr wieder. Ja. Nein. Nicht er. I love it. Ferdinand. Pfff. So würde ich jemanden nennen, wenn ich mobben will. Aber okay. Ferdinand. Der wird wahrscheinlich in seiner Kindheit immer Ferdinand genannt. Ja, was ist dann auch mit Jeremy Pascal? Ach, halt zum Ohl. Wir haben eine Cherry. Wir haben eine Cherry... Wir haben eine Cherry mit... Yeah. Ja. Tim, ihr haben eine Cherry mit Pascal in der Schule, Junge. Wow. Bra, Junge, ich hab grad zurants Handy geguckt und hab gedacht so läuft die Video, Junge, obwohl es ja ein Stream ist. Na lol. Ja, so läuft doch ne Video. Das ist aber Streamen kein Video. Video ist es, wenn es nicht live ist. die tricks er war nicht dann darf ich auch los kräftig zweck entfremden warum woher weißt du das ich hab dir das nicht gesagt ich kann auch deine gedanken bitte von rarity in einer anderen person zu träumen das verstört mich ein du hast mich gerade confused ich komme nicht auf klar was willst du von mir ein bobby k nein meins darte müssen wir mal wieder dinge darten Trotz nicht, weg damit. So, Night Vision Potion. Was war das gerade, Nico? Dann wurde der Depri, dann wurde er so, wie er heute ist. Der war geil! Der war geil! Nee, 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 der war gut, der war richtig geil. Tim, du musst nochmal versuchskaninchen spiel, okay? Nein, ich baue jetzt mal. Tim ist Test-Dummy, falls ich es nicht wusste. Scheiß! Nee, du bist nicht ein Scheiß, du bist Test-Dummy. Tim? Du lesen hier, so, du mach ihn auf und dann du klick in oben. Dann du klick in oben. So, mach Tür auf. Ich bin im Untergrund. So, dann gehen wir dann die Kiste. Du holst einen Stack raus. Du holst einen Stack von was? Das sollte doch eigentlich so leicht sein. Die ist ja fast... Aber ich finde es einfach nicht. Wahrscheinlich baue ich mich gerade in ihr Fett hinein. Warte kurz. Ja, da baue ich mich kurz mal selber ein. So, jetzt klick, wo? Ah, nein, 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 nein. Jetzt klick. Obe. Hast du dir was rausgeholt? Ja, klick oben. So, warte kurz. Ah, da klick der Fall jetzt nochmal. Obe. So, und dann guck mal in die Kiste. Gut, das fällt auf, finde ich toll. Jetzt gibt's Fleisch wieder her. Und er droppt alles so mit Kreis, Junge. Bist du behindert? Bist du behindert? Das ist Tim. Warum fragst du eigentlich nach Nico? Ist halt so. Das ist scheiß Taliban in GTA, was erwartest du? Weit ihr nicht wisst, was damit gemeint ist, checkt einfach mal auf unserem Kanal ein paar Videos aus. Da müsste noch eine Folge von Tai Taliban und Paku Dataku drin sein. Mega lustig, hat mir Spaß gemacht. Das wird eh bald nochmal runtergenommen und wird komplett neu verfilmt. Ich bin Paku Dataku und Tim ist Tai Taliban. Gellian. Bald machen wir das richtig. Ach, Junge. Ich sag schon am Anfang immer so, nicht zu verwechseln mit Takumoto. Das will ich nämlich nicht. Taku ist monoton. Weiß es noch nicht, wo es ist. Du bist ein Affe. Spaß. Ehhh, jetzt willst du aber nicht mal einen Platz wegnehmen, hier. Da hast du es jetzt auch mal beide oder braucht man einen Arzt. Jan Frechdachs beschwert sich, dass du die Kommentare vorliest. Oh Junge, weißt du was? Der soll seine scheiß Mutter zusammenkacken, dass der nicht zocken kann. Da bräuchte er sich. Ne, danke. Oder weißt du was? Ich habe ja mein Handy hier liegen, da mache ich mir jetzt einen Livestream an. Für dich. Fetty Daxi. Gibt grad gar keinen Sinn, was du laberst. Aber ja. na, hier sind sie halt andersrum. Gin Old Face, da muss das können. In dem er sich auf das hört. Let's go! Oh! Das machen wir doch mal wier. Im menschen Kor crude? Im Logosorium- suppose noch mal. traveling! The world is poles and forces. Gut, wie Jan die Nachrichten liest Ja gut, dass du zocken kannst, vor allem den Waffle Gamer Dann bräuchtest du die Kommentare jetzt nicht lesen Aber als YouTuber liest man Kommentare vor Ja Junge, ich will aber nicht die ganze Zeit diesen scheiß schwarzen Balken da haben Ja, vorhin hattest du ihn auch Hat dich Nico geblockt oder was? Ey, wieso sollte ich ihn geblockt haben? Keine Ahnung, was machst du hier manchmal? Warte, hey, ich guck mal kurz vor meinem Laptop Beide gebannten Leute Wie heißt ich denn du? Warte Hä, nee, ich glaub du würd schon Halt's, Maul, scheiß, Asus, Fotz, Ding Ja, Digga Alter Kinderfreundlichkeit schon da So, YouTube Studio Dauert kurz jetzt halt, ne? Boah, YouTube, das neue YouTube Studio ist so scheiße Ich find das wird besser Ich find das so easy So, Affen kriegt doch kein Content aus deinem scheiß Kanal raus Community ist es bei Community Ah, genehmigte Nutzer Ausgeblendete Steht da Ist Donke, ne? So, das ist weg Das ist weg Ey Junge, das lässt sich nicht entfernen, Junge So, guck mal, ob du reinschreiben kannst Ach ja, YouTube YouTube, Artikel 13, für den Arsch Junge, Monetarisierung kannst du aber für das doch nur wie die Arsch in den Arsch schieben, ne? Niko kann dir auch Maut geben, also, muss ich gerade, ne, ja, 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 ich bin gerade hier gerade beschäftigt Ich geh mal kurz in das Stream mit meinem Laptop Ich geh mal kurz in das Stream mit meinem Laptop Das glaube, Leute draufschmeißen Dann ist dein Name blau ach ich schreib doch mal was drin, Junge, Heggy, anders kann ich dir ja ja, wenn du weiter spammst, dann mach ich das nette so, ah, ich wollte gerade, ich wollte den gerade blockieren, Junge so, jetzt müsst ihr einfach nur nochmal neu rinschreiben Araflu, ich hab dich by the way auch mal entwandt ja, wankeschön ja, das war jung Nico, kommst du mal kurz, tippier dich einfach ich hab die schlechteste Redstone-Maschine überhaupt gebaut Falter drück mal den Kopf warte, ich lass dich mal frei das brauch ich noch das hier noch tiefer jetzt können wir nicht machen, ne? warum tief? ach, nur so, ist ja gar nicht tief oder so hä, ist doch nicht tief ja, nein ja, aber man, man stellt sich gar nicht vor, dass das sowas großes eigentlich unter diesem Haus ist ich glaube, ich muss es so tief haben, weil... weil seine Mutter ihm auf den Sack geht, deswegen weil... weil... wenn das so ein Eishaufen ist, ne ist es nicht, Nico sieht nicht aus sieht nicht aus sieht nicht aus ja, ok wow lol, hier ist er und der Wassertempel direkt unter dem Eis naßen So Realtalk aus dem DX Racer Alli Hallöchen Moin Bei mir ist es Realtalk aus dem DX Racer Bei mir auch, ich hab einen Ehrenmann Kann man eine Schildkröte auch aneinander platzieren? Ja Alles ok Tim Tim Guck mal Zu deinem Zu deinem ersten Geburtstag schenke ich dir Warte Zu deinem ersten Geburtstag, Tim ist ja auch nicht schon irgendwie 14 Ist er auch nicht Nee, mhm Wo bist du Junge? Komm zum Glück Warte doch mal Junge Ey, ich will dir was geben Nein Das Kart Warte doch jetzt hier, warte zu deinem ersten Geburtstag Schenke ich dir eine Schildkröte Fuck Hallo Aber du kannst sowas hier machen Warte Warte mal Warte mal In dem Gollumhausen steht auch ne Schildkröte Ja 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 Ich weiß oreal ist boah ich erinnere mich an diesen Benjamin Blümchen Song ich habe mir so im Kopf so ein Araflo Version daraus vorgelesen Araflo Blümchen Ench lebe de Superfilms na 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 hahaha, das klingt doch wie keiner mehr hört sich wie geil Bleib drin. Ich suche thai-li? Weil ich mein Auto habe, ich bin jetzt gerade bei der.. ...theoretischen Prüfung, bei der theoretischen Prüfung und bald mache ich auch in die praktische Trag- Stimmt, da hab ich vergessen. Fortzene-Difo. Besser Typ, wie aufm...pastart. Am Start, aufm Start. Ich verdiene sie die Zeit. Auf dem Start. Ah, nächstes Mal. Louis? Was ist denn? Ich habe herausgefunden, wie man einen Wasserfall formen kann. Cool. Oh, Junge. Er ist Aladin. Nein, ich bin Gott. Nennst mich Gott. Gott mit Sprachfehler. Gott der Sprachfehler. So sieht es aus. So sieht es aus. Genauso. Um dich einfach zu mobben, nennen wir dich jetzt Gott des Araflos. Jan, ab in den Käfig. Ab in den Käfig. Fuck you. Ab in den Araflos-Käfig. Dann ist dein Bunker nicht mehr, Jan. Ja, das schwöre ich dir. Jeb. Nee, dein Bunker dann. Nein. Hier ist ein Schaf, dass die Schafe wechseln. Äh. Hier ist ein Schaf, dass die Schafe wechseln. Ah, ja. Tim. Hier ist ein Schaf, dass die Schafe wechseln. Ich bin's, Tim. Nee, hier ist ein Schaf, dass die Farbe wechseln. What? Rambo Jim. Heep unterstrich. Heep. 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 Tim auch Chap genannt, du Idiot. Na? Oder so. Netz, net, oder so, es ist so. Oh my, hon. Oh nein, das ist einfach so, Schwester. Wie sich das anhört. Gott, der Sprachwähler, wir sagen es ja nur. Was weiß ich, am Gottes Anfluss ist es ja auch. Das ist der Einfluss des Araflos. Fohlen wir das irgendwie ganz leise. Das ist komisch, ist er überhaupt noch am Leben? Ich glaube, der ist beleidigt. Ja, ich glaube, der ist jetzt Bolle. Hat er heute eigentlich schon gebollert? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, der hat heute noch kein Bäuerchen gemacht oder Mittagsschlaf. Der ist noch ein bisschen patzig. Oh, der ist beleidigt. Oh, der macht die Kassette aus. Deswegen kennt er auch Benjamin Blümchen. Macht seine Mutter immer für ihn an. Ich bin die ganze Zeit bereit, wenn du kommst. Ja, gut. Das Ding ist, ich kann dich auch erst mit 18 abholen, weil ich dann erst selbstständig Autofahren kann. Und wenn ich meinem Vater sage, fahr mal bei mir mit, ich muss mal einen Kumpel aus seinem Schrecklichen zu Hause abholen, würde mein Vater sagen, ja, vergiss es, gehe jetzt Knie ficken und verpisse dich einfach. Also, so wäre das jetzt nicht lang, aber ihr wisst, was gemeint ist. Ja, ja, ja. Junge, ich bin nicht Araflo und ich habe auch nicht Araflos Papa. Wenn ich Araflos Papa hätte, dann wäre ich jetzt, äh, dann wäre ich schon vor 10 Jahren keine jungen Frau mehr gewesen. Schon als er geboren wurde, war er keine jungen Frau mehr. Digga, wahrscheinlich. Warum ist Araflo so wie er ist? Sein Vater hat ein bisschen zu tief gestoßen, als seine Mutter schwanger war. Oh Gott, das kann man hier nicht bringen. Kann man hier nicht bringen. Doch, können wir. Also, wir sollten es nicht, aber wir werden es. Also, das ist schon gerade so ein Herz. Wir haben die Frage, sollten wir es nicht? Also, können, das tun wir ja, wie man sagt. Willst du erst mal deinen Text überlegen, bevor du ihn aussprichst? Nein. Also, freitags, sobald ich 18 bin und meinen Führerschein habe, hole ich dich ab, versprochen. Er hat geschrieben, ähm, aus, aus der Irenanstalt. Irenanstalt. Hat Waffi geschrieben? Irenanstalt. Ja, er hat das so geschrieben. Ach, Iren. Ja, ich hab verstanden, da steht das mit Iren. Waffi Gamer, ich bin die ganze Zeit bereit, wenn du kommst. Okay, das, äh, hält sich. Bist du 16 immer noch oder 17? Ich bin 17. Ich bin 17, Bruder. Ich bin 17. Mann. Wer ist jetzt? Jo. Ja, bin ich. Nein. Der andere ist noch ein kleiner Butchi. Jetzt kommst du wieder auf, aufs Geist, Geistliche und Körperliche halt wieder an, ne? Hecky. Das Körperliche, Alter. Ja, ja, ja. Ja, du höchstens Körperliche, vielleicht ein bisschen mehr geistlich. So. Okay. Also, was ich schonmal weiß, bei Arafo sieht's unten, also in seinem Bikini-Bereich sieht's aus wie bei einem 60-Jährigen. Ah. Hast du, du meinst genau so einen Schlepphoden? Ja. Ne, 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 du musst dir vorstellen, als wenn man irgendwie einem kleinen schwarzen Baby so einen richtig dick braunen Pullover anzieht und den in einen Dschungel wirft. So'n Ding ist das. Äh. Also. Ähm. Richters. Titi explodiert. Och, gut. Äh. Tim, wie findest du meine Schildkrötenfarmen? Heftig. Ist zwar nur so direkt von Nikos Haus, aber was soll's. Fuck! Ich hab's natürlich wieder eingemacht, ich depp! Nein! Nein! Scheiße! Bei wem ist jetzt was hochgegangen? Guck, gibt's Dream! Hehehehe. Oh, voll. Wasch. Warum? Warum einmal kam auf mich? Alter, das ganze Ding ist... das ganze Ding hat sehr fett. Das ganze Ding hat's einfach perfekt. Warte mal, ich komm mal zu dir. Uac. Au. Nein, du sollst ja nicht runterkomm... Du bist so'n Arschloch. Gep. Port dich weg. Soll dich weg porten und nicht... Junge, es geht... Obwohl, warte mal, stimmt, ich hätte... Port ja, wir... In dem Moment ist halt wieder mal die Situation angekommen, wo ich Tim am liebsten köpfen könnte, ihm einen neuen Kopf wachsen lassen würde und ihm sein Hirn zum Fressen geben würde. Damit er auch mal ein bisschen mehr Hirn im Kopf hat. Ich weiß, das wird so nicht funktionieren, aber vielleicht, weil Tim überhaupt nichts normal ist, würde es vielleicht ein bisschen was helfen. Bei Tim ist auch das, was unten ist, ganz oben. Und auf der falschen Seite. Er ist ein... Er ist ein Schweinhorn. Weil er ein Schwein ist, weil er das hier oben öffentlich zeigt und weil es aussieht wie ein Horn. Weil es immer schlecht. Tim ist ein Exhibitionist. Das weiß aber auch jeder. Jetzt muss Tim gleich erstmal googeln, was das ist. Das heißt so. Was? Tim, du bist einfach ein Exhibitionist. Sagen wir es mal anders. Jan, begib dich nicht auf so ein... Kannst du das in idiotisch übersetzen? Was ist denn das für eine Tierquälerei vor's Nikos Haus? Jan, begib dich nicht auf ein höheres Niveau als Tim. Was soll das darstellen? Ich krieg der Kopfschmerzen. Digga, Tim hat kein Niveau. Nee, aber da... Deswegen ja. Einen Ansatz hab ich. Einen Ansatz hab ich. Einen Ansatz hab ich. Einen Ansatz hab ich gar nichts oder was? Töter Childkröten. Ich bin Childkröten. Töter. Außer die Childkröten. Die zerstöre ich nicht. Save the Turtles. Save the Turtles. Chim, komm mal her! Ich wollte dir was zeigen. Was soll denn das für eine Tierquälerei hier? Chim, komm mal bitte her. Bitte. Chim, komm mal bitte her. Eeeh, der Bumms hat hier... Geht doch mal skills. Der Bumms differentierlich. Ey Jinge! Komm, mein Chattu... Sack! Der hat ein Problem. Jan, könntest du mal kurz herkommen? Nee, wie gar nicht. Alda... Wenn du wieder Araflus, Schwestern oder Mutter oder sonst den abfickst, dann würde ich es auch nicht wissen. Nein, dies machst du es sehr anders. Oder von jemand anders. Tim, jetzt komm mal bitte hin. Das will ich auch nicht wissen, Alter. Bitte, 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 komm her. Komm her. Bitte. Ich habe den scheiß Kristall nicht berührt. Ich hasse mein Leben. Mann. Opfer. Halt's Maul, Hercie, halt's Maul. Leute. Halt einfach dein Maul, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Ich hab den Drecks Kristall nicht berührt. Jetzt bin ich Bolle. Leute. Ich werde gerade wieder von dem Mädchen angeschrieben, aber die setzt diesmal ein Herz dahinter. Hater im Herz. Da will wer was von dir. Das ist aber eine andere. Schick mir ein Bild. Ah, ich glaube, ich weiß, was dem Brabber passiert. Stimmt hässlich. Hegi, Alter. Das ist bestimmt hässlich. Ich bin ein Arag des Mutter. Ich bin ein Arag des Mutter. Ekelhaft. Allein diese Vorherstellung. Wie hab ich Tim denn eingespe... achso mit! Mit! Weil Tim umgedreht, mein Tim rückwärts heißt mit! Wow, das ist jetzt ein ganz lustiger, wahr? Ja. Du kennst den ja, ne? Junge, was ist denn das für ne Dreck? Es ist Microphone! Ah, ich feier den Ausgang und Eingang. Nope, vergiss es, Haki. Ich bin aber ein süßes Mädchen! Ah, ja! Tim, Tim... What the fuck? Muss man nicht verstehen! Muss man nicht verstehen! Muss ich jetzt auch? Tim, schick mal ein Bild von der! Ey, die Junge, die hat mich gerade eben auf Instagram angeschrieben! Und da hat sie keine Beiträge! Ja, Digga! Warum bist du es nicht auf Wurzel? Warum schreibt man Leute auf Wurzel dran? Was ist denn das für dreckige Bahn, Junge? Der ist unfähig, bis damit zu fahren! Das ist nicht meine Schuld! Haha, wer du Zohn! Biss da! Junge! Das nennt man deutschen Bahnmitarbeiter! Tim! Tim, komm zu mir! Ich will dir mal zeigen, wo ich gerade drauf geparkt bin! So! Alter! Ich bin ganz normal gefahren und bin dann hier gelandet! Hier drin! Lul! Und tschüss! Digga, wen gehört denn? Warum hab ich nen Hund auf einmal? Der... Ich hab gar keinen gezähmt! Irgendwie nicht! Sei doch froh, Alter! Er beschwert sich über die Hundpopulation! Ey! Ey! Ja! Ich hab aber nicht mal nen gezähmt! Ja dann freu dir ja! Ich werde ihn nicht und backen sie leise! Äh! Jünger, was ist das für ne Scheiße, wo hier gebaut wurde? Eigentlich müsste das ja jetzt funktionieren, oder? Jünger! I don't get it! I don't get it! Nein! Ach du scheiß Minecraft! Nein, man, neuer Postbote! Hast du zufrieden, die Minecraft sind? Ja, die sind gay! Aha! Wie kann Maika überhaupt nen Geschlecht haben? Das definieren wir jetzt mal, Tim! Da ist Tim weg! Da sagt Tim nix wieder! Wenn ich so sage, definieren wir das mal! Definieren wir den Grund! Da ist Tim weg! Warte, was? Äh! Warum Minecrafts gay sind? Jo! Weil... Weil... Nein! Weil sie gay sind! zusammen sind! Und setzt sich! Nein! Ich bin nicht mit ne Minecraft zusammen! Vielleicht ist, äh, die Feuern Minecraft! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ekelhaft! Oh mein Gott! Du dreckig! Oh sorry! Irgendwär auch immer grad, dass er Drecks Headset vergewaltigt! Fick dich! Aroflo! Nein! Was? Aroflo vergewaltigt ausnahmsweise mein nächstes Headset? Nein! Ja, ja! So, jetzt nicht so wie seine Mutter, aber das ist was anderes! Null! Ach Tim, sei einfach leiser! Niko, äh, Niko jetzt immer noch einen Gutmensch machen will! Warte, fuck! Selbst die Dinger sind weg! Ja, n... Ne, ich will niemand Moba, aber ich geh Bock drauf! Ganz ehrlich! Ah! Leute, behaltet das bitte mal im Hinterkopf! Ja, ich bin halt kein Hurensohn! Leute beh- wie gesagt, behaltet das im Hinterkopf! Und Moba sind für mich Hurensohne! Behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf! Ja, das können wir euch machen! Aus meinem Mund... Aus meinem Mund wird das nicht kommen! Dass jemand Moba... Behalte das auf jeden Fall zu 100 Prozenten... Welcher Hund hat... Welcher Hund hat... Welcher Hund hat bei mir so viel Zucker wichsen gebaut, alter! Das war ich, weil ich so hin fand! Ähm... Ja... Ich auch nicht! Ähm... Jan... Was willst du? Was willst du? I want... I want to launch the rocket! I want to do the way! Do you know the way? 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 So... Ähm... Jan, du bausch die Brücke ganz schön! Ich guck grad was du brauchst. Nein, nein, Jan, vergiss es. Why? Das machen wir mal wo anders. Irgendwer vergewaltigt und überhaupt hier die ganze Zeit sein Drecks-Headset, Mann. Keine Ahnung. Tim? Ey, ich mach doch gar nichts. Ich kann mit meinem Headset nicht mehr in Gerührung. Tim, entscheide dich. Siege oder Headset? Meine Hand. Häcki, akzeptiere meine Entscheidung. Nein, er hat die Handphobie. Jan? Vor allem eine Phobie. Ja, ich guck meine Hand auch immer an und erschreckt mich dann. Jan? Wie hässlich das schon ist? Leute, das ist der Tim, das ist Araf, die ganze Zeit. Hey, ich find's gar nichts. Nein, ich hab dich grad nur nicht gestimmt und so hab gehört, dass du es die ganze Zeit bist. Ich kann's auch die ganze Zeit machen. Alter, Leute! Hä? Hä? Ich weiss nicht, wo du redest. Äh... Äh... Ja, gut, dass ich grad eben nett gestimmt hab, Araflo und dass das dann die ganze Zeit von dir kam, oder? Jan? Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Ja, du geiler! Spaß! Hä? Wir kennen uns doch jetzt schon so lange, ne? Was willst du? Schweinslötchen ist immer noch tabu, das habe ich dir schon mal gesagt. Okay. Ja, das darf ja nur Tim. Ähm... Ich wollte fragen, ob ich... äh... Nein, darfst du nicht. Ob ich... ob ich atmen werden darf? Nope. Bitte. Warum? Da hab ich gebraucht den Bild. Dann ent morals, okay? Stopp. Registbar. Wir haben nur ein Schm убen können. Ich glaube. was mischt so ich verstehe das sind mein kräftspakt einfach vollkommen Ich hab einfach so'n Hund, wisst'n? Hä? Du hast ihn sogar gestern gemacht, da war ich sogar dabei Gestern? Ja Aber Flo, sei doch froh Ich hab keinen Hund gemacht Ist doch scheißegal, sei froh Ja, der ist jetzt in meiner Rätselschaltung gefangen Soll ich sie wieder hinzufügen, ich bekomme dann halt einfach gar kein Admin Na, ich füge sie wieder hinzu und dann, ja Hat sie aber keinen Admin Oh, der arme Hund, Digga Richtig artierender Bar, alter Nee Was? Was hat denn der Hund gehabt? Der Hund geht einfach in die Rätselschaltung Ja, okay, ich hab genug Schwankungen bekommen, wo immer wieder in Zugriff ich hab halt kein admin gehabt also können wir das jetzt auch mal machen ok, du hast verlassen, blöd, warum Junge geiiil wir sind hier wir sind hier wer redet eigentlich mit seinen eltern im untergrund ich nicht ich auch nicht meine nicht daran stellen wir keine leute so meinst du meine schwester ich wollte jetzt kann spruch aber da ist sie wie sie wie ich hab sie jetzt schon sparen ja wenn ich dir jetzt sage dann verlässt die party ich lasse ich schicke ich nicht an das später privat gemacht ich kann nicht beitreten ich habe auch ein geiles internet ist halt so ich habe 500.000 leitung gut 100.000 leitung ich habe Der ist eigentlich dieser Yannick. Nein! Was ist passiert? Ungestorben. Aber why? Weil das eingestellt ist, wenn man wie das Board auf der Map, dass man sofort überleben muss. Und ich war mal los. Ich check's nicht. Warum funktioniert das nicht? Woll ich mal bitte wieder kreativ. Oder gib ein Mod. Ich meine, ich bin jetzt schon den zweiten Tag hier. Ich war gestern die ganze Zeit da, jetzt bin ich die ganze Zeit da. Ich hab gerade mal einen Mikrofonkriegel gemacht. Ich hab gerade mal einen Mikrofonkriegel gemacht. Ich hab auch keine Ah, das ist so verwirrend mit dem Mikrofonkriegel zu sprechen. Arra Flo, wie alt bist du eigentlich? Aber das war so asozial. Aber das war so asozial. Die hat sicher nicht erst vorher... Arra Code. Jetzt muss er sich im Alter ausdenken. Arra Code. Ah ja, ich hab noch was vergessen. Arra Code. Niko, ich muss noch mal kurz ein Bild schicken. Schick. Ja, schick. Richtig, was richtig gekommen ist. Schick. Das ist ja mega schick. Ahahaha, hab ich gelacht. Von jedes Mal. Das ist einfach so geil, Mann. Jedes Mal, wenn wir mit Arra Flo spielen, hat man einfach seine Wuran-Schwester im Hintergrund, ey. Hast du was gegen seine hübsche Schwester? Ja, was? Ist es Geschäft als Niko? Niko? Ja, ich weiß, das war ja nun Spaß, Jan. Also ich we- Niko weiss wie es ausschaut. Also ich kann das auf Ernst meinen. Man kann das auf Ernst meinen. Man sieht ja ihr Gesicht nicht drauf, also. So richtig nicht, aber man kanns bisschen nicht. Also körperlich ist das okay, aber vom Gesicht her hab ich nichts. zu sehen Flammen seiner neuen ja stimmt, Tim schreibt mir mal mit seiner neuen Bitch ey ich, das macht gerade irgendwie nix ey ich check nicht warum das nicht funktioniert also du- was, äh, schickt aber Flammen muss mal Laura dran machen, Jan machst du das gut? Ja, ich hmmm einfach nichts dazu sagen Okay? Einfach! Warte mal. Hekki? Ja. 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 Hab es. I fucking get it. Okay, aber man... ...mommeln... ...kartoffeln... ...magst du eier? ...weck...dudeln... ...wein... ...möchtest du ein Schuss...milch... ...in deinen Kaffee? ...möchtest du gleich... ...direkt beim Erzeuger Produkte kaufen... ...und genießen können... ...und auch sehen und wissen, wo es herkommt... ...und macht es? ...dann... ...kommen am Dienstag... ...dem 26... ...möchtest du... ...möchtest du... ...hä? ...das ist meine Scheldkrötenfarm... ...mach die mal weg... ...das sind aber alle meine... ...kinder... ...junge, entweder mach ich es... ...oder du... ...könnt ihr... ...könnt ihr... ...könnt ihr... ...könnt ihr bei Tim... ...hinter das Haus... ...hinter den Bunker klatschen... ...wenn du Bock hast... ...meh... ...ja okay... ...ämm... ...der schönen Bunker... ...der Bomberbunker... ...hämm... ...pässe... ...so... ...jetzt guck ich mal noch... ...Ding ins Trauer... ...ich hab grad irgendwie so... ...kein Bock mehr auf Minecraft... ...ahhh... ...wir spielen jetzt nicht was anderes... ...und du bleibst auch nicht schön... ...mein Ding... ...junge... ...immer müsst ihr mal... ...müsst ihr mal diese... ...die Stimme ruhig nehmen... ...in dem ihr sagt... ...nein Bock mehr... ...nein Bock mehr... ...nett mir ein... ...scheiß-Video... ...wo irgendein YouTube-Roller sei... ...und die Kollegen... ...mit denen er streamt... ...das auslassen... ...seiten immer nur ihr... ...Jung ist grad irgendwie... ...verlangweilig... ...Junge... ...dann geh Niko helfen... ...nur ansonst was... ...weißt du was... ...wau mal... ...hier... ...Killer HD... ...wo ist er denn da... ...hier... ...Hilf Killer HD... ...äh... ...lö... ...so... ...Bob der Baumeister... ...ja du willst doch was... ...n bisschen spielen... ...oder nicht? ...äh... ...ja du... ...âm... ...jungen... ...da bau doch einfach noch was... ...ja aber was... ...irgendwas halt... Tim traut sich einfach nicht zum Killer-HD darunter, äh, Overkiller. Oh, guck mal, jetzt kommt er schon zu Tim. Das ist so dumm, dolle. Jetzt sollst du Schatz mitsuchen. Ah, okay. Ja, guck mal Tim, Schatzuch, ist aber toll. Ja. Witzjagg. Witzjagg, ich mach so. Mie, der hat mich geschlagen. Nee, das war ein Versehen, das weiß ich. Wo ist Nico? Ich kann also ziemlich nichts machen. Weil ich hab halt überhaupt kein Werkzeug. Wo ist der Typ hin? Der baut was ab und... Ich hab hier's nicht. Der baut was ab und ist fünf Sekunden später direkt unter Wasser. Lol. Scheiße, ich nehm Schaden. Fuck, Alter. Ich hab nie mehr zurück in die Stadt. Ich nehm hier überall Schaden. Ich geh auf Schatzsuche, Tim. Du wart... Du wart... Du... Die war doch langweilig, hast du gesagt. Oder nicht? Ja, wir fallen gerade irgendwie so viele Dinge ein, die ich bauen kann. Ach, jetzt auf einmal. Ja, Tim, ne? Ein bisschen schalte Scheiße, ne? So, äh, Tim, na, war. Mie. So, bam. Zu spielteleportieren. Äh, du nicht, zu mir. Du Hundesund. Du Nico, bam. Ich hab halt nichts gesehen, ist das Ding. Ich hab diese komische Anzeige. Was gibt's, wenn man da gerade war? Ah, nichts. Ich muss mich nur kurz reden. Leute, die Leute, wenn ihr ein Einkaufszentrum gesehen habt, dann habt ihr ein Einkaufszentrum gesehen. Okay. Wow. Hat der Bot voll geschrieben, ja? Nur halt in englisch. Äh, bisschen shopping mall. So, shocking mall. Genau, ich bin's, Tim. Und shocking mall. Warst du eigentlich eben? Ich konnte mich eben nicht zu dir tp'n. Äh. Hä? Ich war die ganze Zeit im Kalm. Hier bei meinem Bunker. Wieso konnte ich mich aber dann nicht zu dir tp'n? Frag mich nicht. Bin kein Hälter. Und weg damit. Ja, der Eisengolem ist weg. Warum ist ein Eisengolem weg, hä? Du meinst Araflos Schwester? Ja, kann gut sein. Loading, loading. Lass uns jemanden, du bist Geldbomba. Äh, ich hab ihn nur wegen Araflos. Äh, seine Schwester. Okay. Ehrenmann? Ah, ja. Oh, Tim ist Bob der Baumeister. Alter. Ich bin stief. Jo, ich mochte es. Nein, naja, andere Seite. Warte. Ich mochte es so, dass Tim das aufregt, wenn ich so rege. Hier draufstellen auf den leeren Block hier. Du kannst... Du musst... Du musst... Hey, du musst... Guckst so, du stellst dich einfach auf den Block und dann wirfst du rein. Und dann flutscht du durch. Oder verkackst. Du kannst nur aus dem Boden holen. Ja, danke. Ne. So. Du warst doch im Ende! Hä? Nein, war ich nicht. Dürr. Oh, mein Gott. Auflaust mir gerade die Langsamkeits-Potion an den Kopf geschmissen. Nee. Nein. Ich hab dich selbst, ja. Ach, ja, als du mich abwerfen wolltest oder das auch gemacht hast. So. Ich will nicht unsichtbar sind. Wo war das? Du wirst jetzt unsichtbar. Nein. Ah. Was ist so elendig, Kacke zu treffen? Nee. Eigentlich halt. Fuck, ich bin jetzt so super für sechs Minuten. Guck mal, ich hab ein automatischer Ofen noch gebaut. Ey, es ist der Oberkiller, HD wieder da. Ah, Jan, guck hier. Das klick aber für Essen. Dann muss ich kurz fragen. Da, fuck. Wie lange muss ich... Ah, meine Schwester macht mir Angst. Ah, ha, ha, ha. Macht sie. Mach mal nochmal vorne, zurück drauf. Macht mir Angst. Ja. Das soll sie dir auch. Ja, das soll sie dir auch. Ja, und dann. Hinten ist eine große Kiste mit einem Hopper unten dran und dran. Ja, Leute, ich hab auch eine wichtige Info für euch. Ja, circa eine Woche bin ich in einem anderen Zimmer gezogen. Geil. Gezogen. Ja, danke für die Ausbesserung. Bitte, gerne. Bist du dir sicher, dass Ausbesserung heißt? Ich falle gerade zu einer. Ja, ich kann Deutsch. Bist du dir sicher, dass du Deutsch kannst? Ja, ich kenn Deutsch. Oh, die fuck. Dann kannst du jetzt mal aufhören, die ganze Zeit hat die Knöpfe zu drücken, Jan. Ich wär das aber toll. Knöpfe drücken. Ja, tue ich doch bei der anderen, oder? Ja, Futter, 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 Klauen. Drrrrrrrr. Ah, ich hab na ja noch Umsichtbar. Naja, wie Nico sich nicht, oder? Okay, das ist das. Hey, was ist denn das? Ja, Aroflos hier drin? Nein, 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 nein. Ja, klick dafür ist es nicht. Okay. Neu, dich. Äh. Warum stand da, Futter, Schatz, ich zu dich, zu dir teleportiert, zu dich teleportiert, ich bin's, Tim. Was macht der Knopf? Achso, weil ich mich zu dir teleportiert habe. Trinkt man da auf deine Hebel, macht deine Hebel, der überhinnert dir, du Idiot. Danke. Hö, was macht der hier? Ach, der sucht eine Dinge. Ach, der ist kaputt gemacht, na ja, schon jetzt sollen jetzt raus. Aus. Ja, wait. Er muss so ein Knopf hingemacht, auch hier. Was seid ihr denn? Oh, what the fuck. Wieso steht hier oben ein Netterportal, Nico? Wo? Frag mich nicht. Okay. Ja, ich bin hier gespawnt. Ja. Ah, nul. Als ob du es nicht weißt. Ey, na, also ob du das nicht weißt. Ja, weißt du ja nicht. Alter, Tim. Get up bei dir, ne? Hm. Wie, was, hä? Versuch mal, weil ich eine Glocke umgeschlagen habe. Achso. Ja, easy. Aber warum hast du einen Steinknopf genommen? Diesen Kacke. Nimm ein Ding ins Knopf. Nimm ein Holzknopf. Oh, Nico. Du holst Kopf. Ich bin angekommen. Was machst du, Tim? Bisschen was verändern. Ich geh jetzt in deine Mine. In dein Bogat. Tim, darf ich? Vielleicht. Okay. Geeta, du bist durch die geschlossene Tür gelaufen. Digga, was ist denn das? Bin ich gar nicht. Äh? Komm, einfach, ich bin mir da durchgekommen. Einfach, weil ich coole habe. Kennen ihr das? Goldplatten. Das, kenn ihr das, was kein Buchstaben mehr schreiben kann? Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ah. Was machst du jetzt eigentlich in meiner Bude? Aber du. Ich geh mal in meine Uhr. Kommst du mal da oben runter? Aus Friedsbruch? Lass mich doch die Aussicht genießen. Mit den Qualm. Ich weiß nicht, Mann. Du kannst ja dachte, ich darf doch überbe- erklären, oder? Äh, nein. Kann ich mir doch bestimmt erklären. Das kann ich mir nicht erklären. Wieso ist Wasser auf deinem Haus? So, ich komm ja nach draus. Ja, du musst... Du musst einfach ganz rund umgehen. Geh einmal runter, Mensch. Licht. Oh, hier Mensch, geh da durch. Licht. Geh da durch. Juuu. So, jetzt rette mal dein Haus da, Kollege. Eine Stufe. Kollege Schnür, Jure. Und noch Wasser. Neger. Neger, Wasser. Das ist Niko. Eier, Niko. Aber das sieht schön aus. Okay, das hat ein bisschen dein Feld gefickt, aber Yolo. Junge, Jan, gibst du einfach zu, dass du's brauchst. Guck im Livestream weiter, hast du sogar den Beweis. Wer war das? Welcher Hund? Ich? Warum? Nein, ich komm nicht in mein Haus rein. Da, der riecht mal bis da her. Ach, ich hab jetzt... Vor allem, warum machst du nur ein Feld hin? Weil... Was denn, ich hab jetzt alles bewässert, sehr glücklich. Ja, wenn uns als wär's schon bewässert oder so. Ist aber hässlich was. Hä, das sah so aus wie du. dadurch... voll ganz zustimmen. Nur nicht beleidigen, ne? Nur nicht beleidigen wir. Ja, wir hatten ja was gesagt. Ja, beleidigen ist nicht loben. Ich fühl mich gemobbt, so. Und Niko hat gemobbt. Wett verloren. Ne, du kannst nicht mal. Zykele dritten. Niko ist alles verkackt. So, alles Müll in Jansmeer. Alles verkackt. Ja, ja, Crazy Mittwoch. Genau, machen wir. Hä, Crazy? Crazy, Livestream, Depp. Was? Wieso's hier? Wer hat da Knöpfe gebaut? Ich hab irgendwie das für A-Fluss wieder unsichtbar. Hä, ne, bin ich nicht. Hä? Ich bin in meiner... in meiner Hood, aller... in meiner Hood. Und arbeite gerade an einem Zimmer, wo ich esse... Jan, hast du eigentlich die Musik an Minecraft? Nope. Äh, mach dir mal ein, das ist ein bisschen Unterhaltung, wenn ich das wenigstens ein bisschen Musik im Game ist. Oh, ich hab's jetzt in Minecraft. Ja, ist doch egal. Mach einfach mal ein. Mach's vielleicht schon so auf 10, 15, das ist so ganz gechillt. Mach einfach gar nichts. Wo du diese Scheiß-Hässigkeit da spielen willst. Arft, Schwester. Du willst ein bisschen Unterhaltung geben, ne? Ja, ich will gucken... Ups. Das war nicht geplant. Oh Gott, wir sind hier. Auf jeden Fall. Welche... Welche Videos wurden denn schon, ähm, ge... Also... Wurden bei euch blau gecancelt? So in Xbox? Ist das gut, Jan? Hä? Hallo! Tschüss. Hä? Was ist denn jetzt los? Was denn, hä? Warum funktioniert die Tinti-Kanone nicht? Was ist das? Was? Ich denke, aber jetzt sind viele krasse Leute hallo geschrien, Junge. Kannst du dich mal verpissen aus meinem Haus? Hä? 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 Ich... Warte... Wie findest du das? Ist das dann? Lass ihn mal laufen, das hört sich schön an. Oh, ich hasse dich so sehr. Guten Tag, ich will... Ich verkaufe hier Banners. Ich verkauf Banners, du Affenficker. Schöne Musik. Das ist ein geiles Banner. Vollschließend ist egal, oder? Im Hintergrund. Oh, okay. Schöne Minecraft. Mit Spendern würde es theoretisch funktionieren, aber mit Dispensern. Samen Spendern. Hä? Das muss man auch mit Spendern bauen, du Depp. Ja, ne, dann droppt es Tinti einfach nur. Das muss man mit Dispensern bauen. Du musst Dispenser. Was machst du hier? Ich will die Aussicht hier unter Wasser genießen. Also, das muss man mit Dispensern bauen. Du hast mich. Hier ist es schön. Danke. So, mach ich das jetzt. Bam, bam. Und die Musik ist geil. Hey, dir ist Thrilltalk aus dem Dick's Razor. Die ist wirklich geil. Ach, sieh doch selbst so. Welche, was hier unten noch fehlt? Welche Musik? Welche Musik? Ja. Welche Musik? Also, die Platte, die weiße. Man weiße in ihr Leben. Ich finde die, äh, mit, ähm. Draufschlagen. Hihi. Spaß. Eier, nicht gut. Er funktioniert es nicht, Jan? No, das funktioniert nicht. Aus irgendeinem komischen Grund. Ich weiß nicht. Kann der auch der Fehler sagen. Ich baue es hin. Falsch. Ah, Junge. Können wir zusammen vorschossen? Jo. Oh, ich hast es so weit gesehen. Geht das nicht. Digga, wo ist denn das? Ups. Wisst ihr welche noch geil ist? Die ist, ähm. Die kaputten Elfplatte. Die Stahl, die Stahl, die Stahl, die Stahl, die Stahl, die Stahl ist geil. Auch. Digga. So, hier. Und wo ist jetzt der Scheiß? Ach, doch. Brauche ich noch anderer Block, egal. Nehmen wir jetzt mal Stein. Perfekt. Das braucht nicht mal meine Stufe. Wie funktioniert denn das jetzt nicht? Wen schnitt funktioniert das weg? Ah, weil CNC explodiert aus ist. Kannste aber auch ein paar andere Sachen dafür. Kannste auch gerade machen. 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 Fick dich TNT. Fick dich TNT. Was hat, was hat es gesprengt? Die komplette Vorrichtung mal nur die seine Ziegen. Hat Tim verdient. Voll geil, Tim. Ich mach mir das so ein bisschen. Ich ballert es ja nicht mal in Richtung Dorf. Ich ballert es in Richtung Nirvana. Nirvana? Bist du da ganz sicher? Nirvana. Nirvana? 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 Da wo sie ist. Oh, thank you. Ist das unsere Laborkleidung? Ja. Deine Marsch. Thank you. Ähm, ich bin im Moment noch dran hier. Und ist es nicht lustig? Ich habe hier schon mal ein paar ähm, ähm, Veränderungen vorgenommen. Aber ich komme noch nicht so ganz weiter hier. Ich komme aber nicht weiter. Die anderen Sachen habe ich mir schon näher erklären können hier. Das hier steht unter Arrest. Das habe ich. Ich glaube, das ist wirklich explosiv. Also sieht zumindest mal so aus. Ja, will ich, will ich, ich will es auch nicht anpacken, um ehrlich zu sein. Das hier, da bin ich noch am rätseln. Bei dem Buch hier. Und das hier, soll ein ganz gefährlicher Ort sein. Aha, was ist denn das hier? Das ist eine TNT, kann man mal eine Klammer hoch und sagen. Oder soll man bausten? Oh, ich aktiviert ihn mal. Ich aktiviert ihn mal. Ich aktiviert ihn mal. Ja, da ist noch kein TNT drin. Oha. Warte, ich mach rein. Alter Araflo, geh, geh uns woanders stiften. Du Stift. Da lachst du da hinten. Ja, okay, du hast deinen Spaß gehabt, jetzt verpiss dich. Scheiße, mein Wasser ist gefroren. Wünsch mir Glück, Mann. Alter Tipps, Kanone sieht irgendwie aus wie so ein riesiger, hässlicher, fetter Totenkopf. Kraft, da sieht es halt so aus. Denkt man eigentlich bei meinem Haus, dass das so ein großer Keller eigentlich unten ist? Ne. Ach, f*** dich TNT Kanone. Ne, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ich mach ein anderes Konzept. So. Drei stecks TNT. Spenser, Redstone, Hebel. Bam. Mein Fehler? Ähm. War es auch noch eine Stufe. So. Ah, ich glaube ich weiß, was mein Fehler war. Was finden hier alles getextet? Leon, RPG, Dressig Gamer, man hört keine Musik. Ja, die ist auch ganz leise. Okay, Nico, ich check's nicht. Ich glaub das geht einfach auf den Minecraft für Dings nicht. Das geht einfach verschrecklich. Doch. Ich bin gerade dabei. Ich hab's gerade an der Oberfläche gebaut, genau so. Ich hab's gerade an der Oberfläche gebaut, genau so. Ich hab's gerade an der Oberfläche gebaut. Komm. Das muss jetzt funktionieren. Hä? Ne, funktioniert nicht. Schnauze auf, Lumity hat mir nicht geredet. Brotsel. Zu schnauze Tim sein, das ist so frisch. Brotsel. Wo an so'n Scheißen? Du. Jetzt hat man vielleicht die Minecraft-Mucke. Ich bin auch noch nicht ganz sicher. Ah fuck. Weil das weg ist. Ah. Oh. War zu weit. Found it. Geil. Yo. Was war das? Was zum Fick? Habt ihr das drauf gelapst? Ja, ich hab grad das Endportal geöffnet. Ich hab Endportal geöffnet. Ja, echt? Ja. Wie hast du das hingekriegt? Ah lull. Also ohne. He, das sieht doch geil aus, oder? Hey, nein! Ich komm mal live. Äh, ja. Ja, jetzt müssen wir eine Kämpfe. Ne, jetzt müssen wir sterben, Nico. Bring das Eis zurück. Ich stupitier's dann. Ey, stupido. Komm, jetzt. Funktionier. Nein, das eine TNT bleibt da oben hängen. Äh. Du, das stimmt Ruhes sonst scheiße. Ganz ehrlich. Juhuuu. Was denkt sich ja an grad nur? Ich hab das Ende verlassen. Oh ne, ich hab's erstellt, weil ich ein Ehrenmann bin. Jo, danke. Das TNT ist aber kein Ehrenmann, das ist ein Ehrenmann. Ich hab einfach nur, ich hör einfach nur dieses laute BAM. Bin grad das Ding am suchen. Nico. Nico. Bleib mal weg da. Was denn? Ja, ich hab's. Ja, drück den Knopf. Versuch Nummer 2. Jetzt bloß da nicht rein. Wir waren das ja schon hier. Ja, warte, warte, warte. Nein. Welches ist so... Nein, nein, lass da... Das Ding, ja. Wollen wir das ganze Scheiß-Portel? Warte, nein, dann lass ich mich noch mal machen, weil ich weiß, wie es geht. Ich möchte es auch machen. Ja, okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. René, komm, das Slap. So, jetzt. Wie mal. Tim, geht's dir noch gut? Ich werde bei Nico jetzt grad nichts sagen. Ja, warum? Falsch. Okay. Ne, weil ich kann mir ja schon sowas vorstellen, dass ein bisschen leicht abgekockt ist. Ach ja, das auch. Hättest du mir auch sagen können, dann gönnt's mir halt einfach nicht. Ja, nein. Das hat so ausgesehen wie meins. Ich frag mich grad selber, warum es nicht funktioniert. Jetzt geht's auf einmal. Unlogik. Ich hab das mal hinbekommen, dass ich nur, dass Donald da drin gesehen hab. Ich will sich nicht aufholen. Geh da jetzt rein. Ja, ja, schon klar. Mach mal ein bisschen ne Eiseltür von der Transluss-Siederheit. Juh. Hab schon. Okay. Oh, so. Gut. Ja, dann haben wir das erforscht. Das, die Dinger gibt's wahrscheinlich da drinnen. Ich hab auch noch, ich hab auch noch gehört, dass wenn man den, dieses, dieses riesen, viel diesen Drachen, den wir da eben gesehen haben. Dass man da ein Ei bekommt. Äh, nein. Dass, ähm, sich ein weiteres Portal zu einer Querdimension, dieser Dimension hier öffnet. Ja, das ist so... Alter, das ist voll weird, das ist voll brainfuck, weil wenn du dich drehst, dreht sich der Scheiß drin einfach nicht mit. Der dreht sich einfach mit deinen Kopfbewegungen mit. Das ist schon hart. Lach. 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 Ich hasse Wasser. Den Gebirgen. Das passiert. Jan, du schaffst dich. Ja, warum machst du's auch auf einen Gebirge? Hahahaha. Komm doch mal raus, Nico, bitte. Sorry, aber das, das hat sich grad so geil angeboten, bitte. Ist aus der Welt gekommen. Ähm. Komm, jetzt funktioniert, du räulige Stück Scheiße. Ich will mal ne kurze Forschungsmission machen, Jan. Ne, das muss ich jetzt machen, das muss ich jetzt machen. Darf ich ne Forschungsmission machen? Bitte? Also wir haben doch hier schon ne Forschungsstation. Hä, warum machst du nicht nur eben? Ja, aber das ist im Nether. Hä? Äh, im End. Da drinne. Hä? 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 Hör auf. Tim, wenn du mal gucken willst. Hinter dir. Oh, Junge. Hinter dir. Ja, guck Tim hier. Oh, Gott, das ist Brainfuck. Alles dreht sich außer das Ende. auch du bist doch so ein ich komme aber auch ich bin es überkiller junge der der hat sich alles dass mich doch aus dem scheiß knass draus hallo wo hat der oberkiller überhaupt scheiß die errüstung er hat sich das geholt also nicht geholt sondern gefarmt kann ich mal bitte wieder kann ich kann der oberkiller nett bei uns die dings kommen doch schon ich lade mal ein hacky sagt irgendwie gar nichts das stimmt ja nein ich bin nämlich noch nicht fertig mit dem hau ach fecken dicker wow sie haben es geschafft welcome to our village ich kann aber drei sport nicht machen das muss dann machen was kann ich können wir schon dings bitte machen überleben jetzt ich bin noch nicht ganz werbe ist dann sagen wir das mal eine diamante schutz rüstung handfinds end okay wir behalten unsere rüstung ich will das hier an kann ich bitte kurz kreiber ich mach mal hier deine scheiß dinge so oh lass es doch jetzt nein ich will das so machen dass es symmetrisch ist so oh ich bin hier schon überleben jo alle sind überleben ich hab aber noch 5 Millionen dann ist hacky im end john hacky ist im end wieso ist hacky im end ich hab mich hier auf überleben gesetzt ich muss nur kurz was erstmal schnell aus machen nein doch kann ich machen das wäre doch gut warte ah ne da fliegen aber alle raus und hacky ist gar nicht da ja genau das ist es ich will noch kurz was gucken ja ich bin da was labert hier wo bist du grad kann sein dass du mal bist nein bin du machen wir das jetzt mit der pso style oder er ist wahrscheinlich weggeflogen machen wir das jetzt zu rp style mäßig oder einfach so hey warte ich lach nicht overkiller gibt noch mal skill dice ich hab immer noch kein haus ne Niko äh ich hab gesagt ich will nur kurz was gucken weil ich schon die ganze zeit was gesucht hab ja okay dann mach mich schlecht da hab ich gar nicht die ganze tierfarm schon drin warte heck wir machen das jetzt rp mäßig ne richtiger skin ey das ist n richtiger hacky du sollst normal aussehen und ich halb verschmort du sollst normal aussehen und ich halb verschmort meiner oder was was ob du meiner bist was meinst du weil wir das so bisschen rp mäßig machen das mein ich jeder braucht halt einen job na okay dann bin ich wer jan laboranz weil mir sonst nichts einfällt ja niko komm mal wirklich raus ja äh ich wohne bei dir ne ok kannst du machen ok dann ich bin meiner also dann nimm du die oberen etage ok ich bin meiner aber meiner hat geschlossen aber wir haben auch noch ne zwischen aber häck ist doch meiner ist es so häcky du bist doch meiner oder was meinst du damit ob du meiner bist scheiß minenarbeiter ja 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 bin ich was könnte ich noch sind ich weiß ich nen pharma brauchen wir noch junge ich muss die drecksweinschäfte nicht ausmachen die facken nicht ab dann kann ich noch mal kurz in kreativ ne wenn du im grunde im grunde lieferst dann ja ja dann wäre ich geistlicher des dorfes oh ich hab kein bett ja ich hab kein bett ja ich hab kein bett ja ich hab kein bett ich hab mein kurzes Schild Jan Jan ich bin Farmer aber ich brauch kurz kreativ ich brauch Sporn-Eier kurz ich hab hier auch die Viecher du hast ja auch die Viecher äh Jan kannst du mir mal kurz kreativ ich muss mich zu meiner alten Bude führen aber wir Jan ich hab mein kurzes Bett ok aber wir spielen auch friedlich oder wir spielen auch friedlich oder die ganze Zeit ne wir spielen nicht der friedlich wir spielen nicht der Pussy Modus ist doch so ja ne ich will grünes Bett ich will grünes Bett ne was denn ist doch heute Pussy Modus ja aber ich find's trotzdem geil ich such gerade was Junge wo ist denn das ich such gerade was wo ist denn das ja na 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 hä hä decazu bin ich jetzt komplett los was such ned null ich überhaupt soն das ah ja jetzt weiß er Tim du musst noch äähm craften dir aber mal eine Schaufel und mach dann mal ein Weg her soll ich die zweite E beta nemen oder die dritte euch die erste Ah, hier. So. That's not. These nerds! Vergessen, sorry, Jan. Jan, wollen wir die, ähm, du kennst doch die Banner von den Typen, äh, 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 von the Raids, die Banner von der Nervo, die du anhand. Weil man das nimmer für unser Labor, so, als ich auslänge, denk. Ich hab schon unser Labor, Zeichen. Ja, hast du da Banner gemacht? Hier, da, direkt vorm Haus. Kannst du mir da ein paar noch geben, duplizieren, die es da hast du noch. Ja, warte. Fetzt nämlich auch kann. In deinem Sinne hab ich sogar in der Truhe geklatscht. Warte, oben, oder? Die sind heftig, nehm ich heftig aus. Hier unten hab ich jegliche Banner, die ich mir gerade eben erstellt hab, unterste Truhe. Ja, ist aber nur einer. Ja. Ja, dann dupliziert die, geh in den Survival-Modus und bau die ab. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Oh mein Crush ist eigentlich 15-jährige Schwester. Junge. Okay. Ich hab grad meine Schwester noch gespottet. Ich weiß, dass wir's manche falsch verstehen, irgendwas. Also wenn ich Arafel wär, ich würd mich so hart freue, dass ich bald ein eigenes Zimmer hätt. Ja, ich freu mich sehr, aber man merkt es nicht so. Ja, ich freu mich sehr, aber man merkt es nicht so. Ja. 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 Also ich geh wieder in Überleben jetzt. Nein, 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 ich brauch noch was. Ja, fünf Minuten sind gleich um, ne? Ja, ich find das nicht. Ah, ne, ich brauch noch ne Axt vorher. Anders kann ich die Drecksdinger doch nicht abbaue. Hä, wo ist denn das? Was suchst du denn du? Ähm, Kuh wohl. Was, du, Kuh, was? Wirst du zum Weg? Hab ich ja ans Tür abgebaut, obwohl, hä?